Auf Rot, innen waren die Elf, Christian Piszczek, Polen. Waren zwei blaue Helmfarbe, die 15, waren die Tarasenko. Da gibt es also schon mal das heiße Duell, sicherlich Zweier mit Favoriten auf den heutigen Tageslicht. Innen, wie gesagt, Christian Piszczek, der Polen. Und unmittelbar daneben, auf Laoni 15, waren die Tarasenko, beide mit Auftaktziegen, gut gestartet. Auf Bahn 3, dann mit der Siebe, Dimitri Berger, der Europameister, ebenfalls mit drei Punkten zum Auftakt. Und außen, auch gelb mit der Startbahnreihe, Matej Kus, der junge Tscheche. Ja, also, hier geht es schon mal ganz kräftig zur Sache, drei Auftaktzieger, jetzt unmittelbar in der Gegnerschaft nebeneinander. Wunderte nach außen, Christian Piszczek, Polen daneben, Marim, Tarasenko, Russland. Und dann Dimitri Berger und ganz außen, der Tscheche, Matej Kus, auf Sieben. Und dann, der Tscheche, Matej Kus, auf Sieben. Tja, Tja, Tja Ja!